Das ist so süß. Moment, bevor es nicht anders geht. Ey, ey! Aisha! Ey! Ja, dann landen sie gut. Ich denke, sie müssen immer die Stabine suchen. Reicht? Falsch. Na, sie geht auf die Weile. Ja, prima. So. Da können wir schon immer die Leine hochhalten, sonst verwickelt sie sich in ihrer Route. Jetzt guckt der Route vor mir. Jetzt guckt sie zu sein. Ich lege sie vorerst an. Na, guck geht's. Das ist doch. Das ist geholt. Wie schnell geht's halt leider nicht. Nö, wenn du so einen intensiven Super hast, geht's genauso. Ich finde das auch sehr angenehm. Sie würde schneller gehen, wenn sie könnte. Siehst du, wie die Route geht, weißt du? Ja, ja. So, jetzt lass uns mal überlegen. Nö. Geh mal rückwärts hier rein. Hier rein. Hier rein. So. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Geh mal rückwärts. Da ist sie irgendwo. Ne, da ist sie nicht. Na, geh hier nach, geh hier nach, geh hier nach, geh hier nach, geh hier nach. nie die Leine so hoch halten, dann hast du ein bisschen das Wickelbuschel. Aber lass mal ruhig gucken, ich korrigiere sie gleich selber. Wie sie die Säcke legen. Du musst erst die Säcke ausschließen. Die Säcke und die Säcke. Mensch, toll! Guck mal!